Meios, ich bin von jetzt an arbeitslos. Versicherungsstatistiker? Nein. Buchbinder? Nein. Oben ohne Tänzer? Das wär doch vielleicht was. Soll ich dir mal was sagen? Du bist hier die Einzige, die was verdient. Du bist der Boss in dieser Hütte. Und ich? Ich tue hier gar nichts. Ich bin ein Schmarotzer. Ja, genau. Hey, hier hast du 20 Dollar. Geh morgen los und kauf dir was Hübsches, wenn ich arbeite.